Was soll das heißen? Das Camp ist langweilig. Kommen Sie zurück und sagen Sie mir das nochmal ins Gesicht, wenn Sie sich trauen. Das Camp ist langweilig. Okay, okay. Sie werden sich ärgern, dass Sie nicht zugegriffen haben. Okay, okay. Du schaffst das. In einer Zeit auf der Maklerschule waren Eigentumswohnungen noch der heiße Scheiß. Ein bisschen nukleärer Vorlord kann daran noch nichts geändert haben. Oh, da ist ja schon der nächste Termin. Showtime. Ich grüße Sie. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marky McMarker. Hallo, und ich bin... Interessieren Sie sich also für dieses buchstäblich elektrisierende Camp, richtig? Sie haben einen wirklich exquisiten Geschmack. Oh, danke. Sie sehen aus wie jemand, der viele Freunde hat. Stellen Sie sich vor, die würden alle bei jedem Besuch hier mit diesem einladenden Leuchtbotschaften begrüßt. Willkommen, Freunde. Herzchen. Töten, lachen, lieben. Das geht ans Herz. Aber das mit dem Töten finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Und Sie machen sich gar keine Vorstellung, wie gut hier der DVB-T-Empfang ist. ALD und ZDF kriegen Sie mit drei von vier Balken. Beim Strahlenstrom habe ich sogar mal Prosieben empfangen. Aber was rede ich hier vom Fernsehen? Sie wollen doch hier die Deluxe-Schrebergarten-Amosphäre genießen. Mit Ihrem ganz eigenen Kiosk. Vorhang auf für die vier pickepackevollen Verkäufer. Mit allem, für das Ihnen Ihre Freunde und Fremden in die Bude einrennen werden. Könnte ich mir das Angebot mal einfach... Und hier, das dudelnde blaue Wackeltier, Mon Dieu de Fouz, aus Frankreich. Und dahinter das einzige Kunstwerk des berühmten Frederico Francesco Graham. Fleisch gewürfelt, Fleisch gestapelt, leuchtend bunt. Ein echtes Kunstwerk und Sammlerstück. Ja, und kennen Sie das? Bei einer guten Party treffen sich am Ende eh immer alle in der Küche. Besoffen und am Tisch. Aber hier gibt es keine miefige, stickige Küche, sondern diese wunderschöne Galerie. Hier ist Kompongebibliothek, Museum und Werkstatt in einem. Und das bei fröschenster Luft. Im immer goldenen Herbst der Waldregion. Riechen Sie doch mal. Atmen Sie mal so richtig durch. Ist das nicht herrlich? Halt! Zieh! Gibt es hier Mutantenwirken? Wenn es bei diesen unglaublichen Schnäppchen zu schlagen, gehört nicht nur das alles. Halt! Zieh! Nein, sondern auch dieser Mehrzweckwald. Was ist denn ein Mehrzweckwald? Er besteht aus dem Streichelzoo. Mit dem Meierlöck Lurichi. Ist der auch Zahn? Und der Schrottmaschine FO76BS0815XL. Und Rosti, dem niemals schweigenden Kollektron. Sie sind immer noch nicht überzeugt. Naja, sie haben auch noch gar nicht alles gesehen. Kommen wir jetzt zu Ihrem neuen Zuhause. Zu Ihrer behaglichen Zuflucht vor den Unbilden des Ödlands. Wie modern das aussieht. Was sind denn nun? Der Vorgarten. Und Sie sind bestimmt handwerklich begabt. Ich sehe sowas. Ihr neuer Geräteschuppen. Hat haufenweise Platz für Ihr Werkzeug. Und Strom. Der reicht bis ans Ende der Apokalypse. Und Sie schlafen gern. Ich sehe sowas. Ich kenne Menschen. Und Ihr neues Bett. Ein Träumchen. Naja, also... Lassen Sie mich doch mal ausreden. Also, was denken Sie? Das Camp ist langweilig. Kommen Sie zurück und sagen Sie mir das noch mal ins Gesicht, wenn Sie sich trauen. Oh, oh. Kommen Sie weiter. Vielen Dank.